Luki! 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 Was ist? Komm her! Du kannst ja mal unser Zuhause füllen für den Urlaub, wo wir jetzt sind. Lass uns alles ein bisschen erklären. Hallo, wir sind in Kölpinsee. Hallo, wir sind hier in Kölpinsee und wir wohnen jetzt in ein ganz schönes Haus. Viel Spaß zum Zugucken. Ja, und dann zeig mal. Sag mal, das ist... Das ist unser Haus. Das ist das Schlafzimmer, oder? Ja, das ist das Schlafzimmer. Wer schläft da? Da schläft Skadi. Und? Mama und Papa. Wow, und so ein kleines Bett. Okay, da sind die Schuhe und da sind Schrauben. Das musst du zeigen. Ruhe, genau. Schrank. Schrank haben wir da. Und was ist hier? Dann haben wir hier noch so einen kleinen Schrank und eine Lampe. Da ist ein kleines Skadi. Da ist eine Decke da. Jetzt geht's... Also hier ist der... Wohnzimmer, ne? Ja, Wohnzimmer, Küche. Ja, ist beides. Wohnküche, genau. Wohnküche. Wohnzimmer und Küche. Ist natürlich schön, weil dann muss man nicht so viel laufen. Da ist das Wohnzimmer, hier ist die Küche. Hier haben wir so einen kleinen Becher. Und jetzt kommt was cooles. Hier ist der Balkon. Natürlich auch schön. Wir hatten ja noch nie einen Balkon. Und äh... Wofür ist das da? Das ist für den Schornsteinfeger, dass er aufs Dach kann. Achso. Ach, ist das warm. Hier haben wir so ein paar schicke Blumen. Hier ist eine schöne Wiese. Und eine Nachbarin. Ist das eine Nachbarin? Und eine Nachbarin. Ja, da ist eine Nachbarin. Äh, okay. Jetzt geht's mal wieder raus. Hier ist das Badezimmer natürlich. Hier ist... Hier ist die Sauna. Oh, da war ich ja schon. Gut, da war ich auch. So, hier ist unser Kinderzimmer. Und viel Spaß zum Video gucken. Tschüss. Das ist aber der Kinderzimmer schnell abgeherrscht. Hast du denn keine Wette gezeigt? Doch, habe ich. Bitte. Das ist sehr gut gemacht. Ich hatte doch alles noch mal vor Ort. Ja, dann zeig ich mir alles noch mal vor Ort. Wir haben jetzt Sauna. Äh, was ist das? Der Tommi? Ei, 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 ei. Na ja. Na gut. Na ja. Jo. So sieht das aus. So sieht das aus. bald drauf. So sieht das aus. Ähm sche ... Ja.